Jetzt kriegen wir unsere Hosen. Jetzt wo du einen Eindruck der Lage bekommen hast, wird es höchste Zeit über deine Freunde zu sprechen. Aber nicht hier. Treffen wir uns im Gestaltor. Sprich einfach mit dem Torwächter direkt vor dem Eingang. Er lässt dich ein und zeigt dir den Weg. Entschuldigen, dieser Name sagt mir nichts. Um wen soll es sich dabei handeln? Was für eine außergewöhnliche Geschichte, aber leider fand ich niemanden in dem Turm vor, als er in meine Aufmut kam. Lass uns doch später noch einmal drüber sprechen. Für den Augenblick haben wir Dringlicheres vor uns. Ja. Den haben wir ja auch noch getroffen. Wo ich die Kristallturm-Kristall gemacht habe. Ja, das ist das Kristallexerchen. Richtig. Tretet ein. Ja. 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 Dann. Uf. Ja. 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 Ich möchte, dass du sie in ihre Heimatwelt zurückschickst. Ich möchte, dass du sie in die Ile-Kunnen und die Zeit glänzene, weil ich mir einfach ein Bild verletzt habe. Ich möchte, dass du sie in die Ile-Kunnen und die Zeit glänzene. Er hat sich gesehen, dass er die Zukunft gesehen hat. Das ist, dass die Welt der Welt und die Welt der Welt zusammenbauen werden. Und das ist, dass die Welt der Welt der Welt der Welt entstehen. Nach dem ersten Jahr, wird viele gefeiert werden. Und... Die gefeiert wird im Hintergrund der Heilung des Wunderspiel. Sie haben auch das, was Sie genommen haben. Sie sind auf den Gegend. Sie verstehen, dass die Schleppelste, die einem im Übrigen der Welt zu verhindern. Sie haben die Erneinheit, dass man nicht durch die Welt zu bewegen. kann ich nicht so weit wegwerfen, weil ich mir so weit weg sind. Die Welt ist also nicht so weit weggeflogen. Ich habe mich nicht so weit weggeflogen. Ich wusste, dass ich mich nicht so weit weggeflogen. Ich weiß, dass ich mich nicht so weit weggeflogen. Das Worte für mich, dass ich von euch nicht mehr darüber nachdenke mich, was ich zu sagen. Es ist das eine große Anfache, was ich heute gesagt habe. Ich denke, dass ich nicht wirklich die Möglichkeit hatte. Ich denke, das ist eine große Anarchie mit einem anderen Schweren zu machen. Wenn ich mit ihnen ein bisschen darüber bin, dann will ich sagen, dass ich das anders. Nein, ich habe noch keinen Sinn! Ich habe noch nie gesagt, dass ich ein Schwerpunkt überwiese. Ich bin natürlich nicht sicher, dass ich es um es mit den Reihenfrauen bezüglich. Ich kann mich nicht mehr einfach nicht mehr schlafen, ob die Sie uns in der Welt kommen. Ich kann es nicht sagen. Doch, ich kann mich nicht mehr tun. Ich weiß nicht nur, dass ich mich für mich nicht benötige, weil ich es nicht so interessiert habe. Warum gibt es da immer so einen Textball, der auch so ein bisschen böse ist? Es ist ja so ein bisschen, dass ich dich auf deinen Gehirn verletzeihe. Das ist ja so, dass ich dich auf die Welt verletzeihe und die Welt verletzeihe. Ich bin sicher, dass ich dich auf deinem Umgebung habe. Das war's für mich. Jetzt fehlt hier nur noch ein Zimmer. In den Isomoth-Bad hier an einem vom Kristallium herumgebieten habe ich ein angegessenes Plätzchen für mich gefunden. Der Weg dorthin führt am Markt vorbei. Dort warst du zwar bereits, aber lass mich dir denn noch ein paar Dinge erklären. Bitte folge mir einfach. Ich bin Bästchen, das Körbüse betreiker ich euch fünfmalig. Ich bin ein Hückel auf dem Leer, sondern ich bin ein Hückel und mein Wälder. Ich habe die Körbüse betreut. Ich habe die Körbüse betreut. Ich habe den Körbüse toy. Ich habe das Körbüse betreut. Ich habe den Körbüse betreut. Das war's für mich. Oh, ich habe mir kein Problem nach dem Kinksen. Ich werde das Geheim-Gil nutzen. So ist es nicht so richtig, dass es die Ich habe mich gefragt, ob die Arabe der Arabe, die eine Art von Gieren zu verzeichnen. Und die Art von Gieren ist, die wir mit unseren Reihenfolgen zu verzeichnen. Die Gieren der Yachtra, die in der Welt der Welt benutzen, die wir in der Welt verzeichnen, sind quasi eine Art von Gieren. Angst, dass ich meine Schnauhe. Alles, die Schnauhe entstanden, haben wir vieles zu unterstützen. Ich denke, dass du dich bei dir auch so kennenlernen. Was ist denn andere? Das war's für heute. Was ist heute so schön? Hi, Feoghule. Ich habe mich mit Pixi und den guten Schlepp. Ich bin mein Freund von mir. Ich bin mein Freund von meinem Herzen. Ich bin der Stadt mit der Stadt. Ich glaube, ich würde mich überlegen, aber ich kann es mir nicht mehr tun, was ich? Ich hoffe, dass du dein Leben in der Welt gekommen bist. Ich hoffe, dass du dich in der Welt gekommen bist. Ich hoffe, dass du dich in der Welt gekommen bist. Ich hoffe, dass du dich in der Welt gekommen bist. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht so gut bin. Ja, das ist gut. Ich habe das Gefühl, dass ich mit uns geplant habe. Ich habe das Gefühl, dass ich mit uns geplant habe. Hey, du hast du, wenn du dich in die Welt verletzt, hast du dir die Füge und die Hände? Ich habe das Gefühl, dass du dich nicht so gut verletzt hast. Meine Händler zum Beispiel. Das war's für mich. Das war's für mich, von mir. Ich bin der Niedel. Ich würde gerne gehen, oder? Das wäre dann... Ich würde sagen, dass du dich auf der anderen Seite anstattest. Ich würde sagen, ob du die Situation anstattest. Du hast es gemacht, oder? Dann können wir uns ein bisschen weg! Das ist ein PIXI-Volk. Das ist ein PIXI-Volk. Das ist ein PIXI-Volk. Es ist ein PIXI-Volk. Aber was auch ein PIXI-Volk ist, hat er sich an eine Art der kleinen Kriß. Ich glaube, dass du dich auch interessiert haben möchtest. Na dann, lass uns in deinem Büro anrufen. Kannst du nun Mockri-Postbutten im Markt, Gretter und Crema-Klingeln in der ersten Splitterwelt benutzen. Woll ich nicht die Crema noch benutzen? Guck mal, das mag ich nachher, nach dieser Mission. Ich hoffe, die Hose gefällt mir und ist eines Tänzers würdig. Das sind halt leider Klamotten des Zielens. Kann ich nicht mitfielen. Das sind doch Idas Klamotten. Ida ist leider nicht hier. Ah, da bist du ja. Dein Zimmer ist auch soweit. Ich habe mich eben selbst davon überzeugt. Es steht dir zur freien Verfügung. Ganz da zu kommen und gehen, wie es dir beliebt. Der Verwalter bringt dich auf dein Zimmer. Gönnen wir eine Pause und erhole dich von der weiten und seltsamen Reise. Und wenn du soweit bist, bitte ich dich, mich wieder im Okular aufzusuchen. Und das wäre dann fürs Erste alles so wohl. Masagi, ich würde keine Worte um dir zu sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du meinem guten Volk und hierher gekommen bist. Am Herzen wünsche ich mir, dass du auch ohne die Dunkelheit der Nacht ein wenig Ruhe finden kannst. Ich bin sehr erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Ich bin der Verwalter der Isomorph-Fatmere. Wenn du unterkommst, ist sie sofort beziehbar. Soll ich euch schon mit Säure ums Zimmer bringen. Alles da, was ich brauche. Alles da, was ich brauche. Ich bin der Verwalter der Isomorph-Fatmere. Vielleicht ist das möglich und ich weiß es nur noch nicht. Ich habe bis jetzt noch nicht herausgefunden, wie. Ich bin der Verwärter der Abenteuer auf dich. Ich bin das, was du denkst zu sehen. Ich bin der Verwärter der Welt. Ich bin eher nur der Bereitschaft. Und du bist doch ein Krieger der Dunkelheit. Aber ich glaube, es ist ein Krieger der Dunkelheit, aber ich glaube, es ist ein Krieger der Dunkelheit. Ich habe mich um die Welt der Aschen, um die Welt der Welt zu verabschieden. Ich habe mich, um die Welt zu verabschieden. Ich habe mich, um die Welt zu verabschieden. Aber ich habe mich, die Schwiebel und die Mänfiliat. Ich bin mit meinem Geist zu sehen. Ich habe die Welt zurückgebracht, und wir haben hier auf der Welt gebracht. Ich denke, dass ich mich nicht mehr zurückkehren will. Ich bin schon wieder zurückgekehrt. Ich bin noch nicht mehr im Geist. Ich bin noch nicht mehr im Geist. Ich bin noch nicht mehr, wie ich mich nicht mehr schluck und nicht mehr, Das war's für heute. Das war's für mich. Es ist kein Problem. Es ist nur ein Geheimnis. Ich fühle mich immer weiter, aber ich fühle mich immer wieder an. Ich fühle mich immer wieder an. Das ist ... Ich habe es plötzlich angefangen. Ich habe mich daran, dass ich mich daran erinnere. Ich habe mich daran, dass ich hier bin. Warum kann ich mir sehen? Wo ist denn, warum bin ich hier? Was ist das für die Welt zu retten? Du hast dich für die Welt zu retten. Du bist so dumm. Der Welt ist nicht zu retten. Der Welt ist nicht zu retten. Es ist nicht zu retten. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so verletze. Ich habe das Gefühl, dass ich nicht mehr so verletze. Aber ich habe das Gefühl, dass ich mich mit dir verletzeihe. Ich weiß nicht, ob ich es sehen kann, ob ich es sehen kann, aber ich weiß nicht, ob ich es sehen kann. Ich will, dass ich das Gefühl habe. Ich will, dass ich das Gefühl habe. Ich will, dass ich das letzte Mal wiederholen möchte. Ich möchte mich für deine Beleidung ansehen. Ich werde dich für deine Beleidung ansehen. Geh bitte auf dich. Es ist auch so ungewohnt, dass wir, also unsere Heldentaten einfach nicht passiert sind. Zumindest für die Leute hier, weil sie nur diese Welt kennen. Wenn die wüssten, dass ich eigentlich die Kriegerin des Rechts bin. Also muss ich mich Krieger Ritten der Dummseiten erinnern, am besten. Nein! Wir haben jetzt schon gleich wieder mal zu Lua, Alter. Was ist denn los? Ich wollte heute auch eigentlich noch was anderes spielen, aber ich glaube... Ich glaube heute nicht, weil wir sind ja erst gerade hier hingekommen. Und ich will halt wirklich diese Erweiterung noch ein bisschen genießen. Warum laufe ich wieder weg? Was ist los mit mir? War doch schon richtig. Ich muss aber auch nicht mal weit vom hittreten Platz weg oder auf dem Ding sein. Egal. Ich hatte einen anderen Ort im Kopf. Ich wollte ihn McCormann mehr brennen. Ich habe es nicht geblieben, aber ich habe es nicht geblieben. Ich habe es nicht geblieben, aber ich bin ein bisschen geblieben. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich bin immer noch ein bisschen. Ich werde kurz erzählen, die in den Augen gewonnen haben. Das ist die furchtige Welt der Lichter des Mitleges. Das ist die Zukunft der Lichter des Windes. Das ist die Zukunft der Lichter und die Wegzunehmen. Das ist das Knoll-Blant-Konferenz. Das ist die Anlage des Künstlums. Das ist die Künstlum der Künstlums des Künstlums. Der Künstlum ist der Künstlums im Nord. Hier ist die Urlenge. Der Künstlum ist der Künstlum. Ich bin ein wenig bereit für mich, aber ich bin ein wenig bereit für mich. Ich bin ein wenig bereit für mich, die Arifino und die Arise zu treffen. Die Arphi-No haben den Korsian-Lewis aus der ganzen Welt. Hier ist der große Stadion, die sich in die Welt zu bringen. Die Arphi-No haben sich nicht mehr so weit über die Welt zu retten. Aber das ist nicht so, dass es uns in den Torsen geht. Also sehen Sie, dass die Kaufer im Norden berührt wird. Und die Helden der ganzen Hüterin, die sich im Norden befinden, der Amm-Aleen. Hier ist ein großes Hintergrund der Kraft des Lichts und der Erde. So machen die immer schon. Also unsere Ziele sind klar. Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Oh, wie cool ist das denn? Ah, Sankret. Ja, er hat ja seine Klasse gewächst. Aber ich find's cool, dass die alle verteilt sind, das heißt man trifft die einfach mal. So, na gut, wie gesagt, Sankret könnte passieren, dass wir den einfach so treffen. Also irgendwie treffen wir ja da. Ja, das ist brutal in die Ursprungswelt. Wann geht das? Wie cool. So, und wie immer. So, und wie immer. Untertitelung des ZDF, 2020